ich die Handlung durch mein Leben und zurück zu einer neuen Folge von Bordelands 2 mit dem CyroDream STB Jo und hier auch nochmal Stimme zurückkommen genau wir sind alle dabei das Schiffchen hier zu entern äh Moxy und Moxy dabei zu sehen so so dub 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 zurghubs dub 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 ich muss erst mal den Drachen erklimmen mhm 했어 du schauins aus us preservation gut llo Oh, Marin. So, schnell. Scheiß verkaufen. Munition kaufen. Ah, nein. Ja. Humble Shop, mein Arsch. Hm, das musst du da. Okay, kann weitergehen. Vorsicht, nicht in die Fortänen laufen. Hey, Klappner ist wieder da. Hm. Flint, die olle Nudel. Ja, olle Nudel. Das ist schon ganz schön. Flint, burn, baby burn. Für so'n ersten Boss hat er schon ganz schön... Der ganz schön zählt halt. Ja, Mann. Nicht mehr die Dinger wegnehmen. Oder so. La 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 la. Oh, das ist der Flint. Da unten. Oh, das ist der Flint. Wenn wir da... Mach mal den... Socks außen rum platz. Okay. Find da die Leuchte übrigens was. Ja. Willst du den... Die Tinderbox haben? Ja, gerne. Nimm die Tinderbox. Ich hab's dir genommen, die Tinderbox. Ja. Oh, jetzt ist irgendwas drin, oder? Hier. Müssen wir sogar weiter. Mach auf. Hinten drum war nichts mehr. Ne, jetzt ist abgesperrt. Sofa. 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 Tolle Sofa. Tolle Sofa. Oh, jetzt reicht's. Ach. Ah. Wappenbox. Schmuthis. Der Assault Room Cleaner. Möpse. Bom 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 bom. Auf Clappetrap. Auf Clappetrap. Ach du kleiner Robo. Hier ist sie. Mein voller Wessel. Lauf sie in das Wasser, du seltener Hund. Ja. 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 Abschluss. Und jetzt. Lass uns auf den Weg gehen. Genau. Papp. Lade wird schon. Ja. Die schönsten Wildschirmen in dieser Erde. Ja. Ja. Vom St. Die flünf. Ich habe mit dem fest den Weg zu haben. Nachhaltig nennen. Okay. Die. Die flünf. Die flünf. Die flünf. Lauf sie in die Flünf. Die flünf. Die flünf. Die flünf. Die flünf. Die flünf. Nöchtet euch alle wieder nach deinem essaue! Oh, das ist ein Problem! Ich finde einfach wir uns über ein Ț-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu! Vorsicht, da irgendwo noch einer runter. Komm her! Ich klopp ihn! Ja da! Und vorbei. Scheißhaufen kaputt gehauen. Sehr gut. Oh, das ging ja relativ fix. Ah, der Saber Turret ist auch von Dahl. Uuuuh. Mhm. Mit der guten Qualität. Hm. Beim Einpacken gerade gesehen, dass da ein Dahl drauf steht. Guter Dahl, Stahl. Oh yeah. This machine will di- Damn it. Oh, sorry. Darn it. A man named Scooter controls these Kataride-Maschines. He may be short a few Chromosomes, but he's a savant when it comes to vehicles. He's locked the station to prevent the Bandits from using it. But I'm reading an inactive Hyperion-Bot in the Bloodshot-Camp. If you can attach its Interface-Adapter to the Kataride, I can hack the machine and get you a car. Oh, now we have to find an Adapter. Which we can get in there. So the old Angel can hack us there. Nyaaah. The Morampoo Area-Adapter owner HensesIDE ... monitor GinoBuffero ...ned swim Headshot 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 Helix They puff thousands Und wenn einer fragt, ja, ich kann mich aus dem Erwürfe gezeichnen, identifizieren. Mach den! Dieser Saberturret! Dieser Saberturret! Wird kein leichter sein. Und sind wieder mal Pistolen drinne! Yeah! Scheißen Dreckskacken Mistpistolen! Oh, da liegt was! Ne doch nicht! Ach mann! Als ich hier drüben stand, guck mal her! Das war ungefähr hier so. Genau, ich stand hier drauf. Ja. Und dann hab ich zur Hütte geguckt und dachte, boah, goldenes Item! Grasso Fettomat! Und dann bin ich hin. Hier drüben. Ach, das rote da? Das... ja, das da... Das ist bei mir orange und sieht aus wie so ne goldene Säule. Das... Oh! Das sind zweimal Medipacks. Als wüssten die was davon... So, haben wir alles? Ne, wir haben noch... Die, doch, den haben wir schon. Doch, den haben wir schon. Den hab ich auch gesammelt und vorbeigehen. Okay, mach! Puh! Multitasking! Wusste, dass das kommt! Muss... fast kaputt schießen! Oh yeah! Autofahren! Einer meiner Lieblingsbeschäftigungen bei Borderlands! Autofahren! Ja! So, gleich müssten wir ihre Augen da drauf sehen, oder? Ne, ich glaub nicht! Doch! Meine Hackerin! Hm... Ein Pimentaco? Toll! Ah, ist das MG oder den... Mit MG! Ah, nochmal... Ach, da. Okay. Dann also kein MD! Ach so, das war ja so... komisch! Ja! Mit, äh... Mauslook-Steuerung! Wie man sieht? Sehr beliebt! Ja! Du kannst auch rückwärts fahren! Das macht gar nichts! Ah! Wir haben ihn rausgebunden! Yay! Wie... Wie... Ja, Mann! Wie schnell die Teile! Und... Oh! Wie... Wie... Ich sehe nichts, so... Wie sind wir hier! Wie... 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 Ich treffe genau den Feiner jetzt. Sind wir hier lang? Ja. Nee. Total schocker. Ja, ein bisschen. Mach aber nichts. Mit Mitteling. Nicht so weit links. Nicht so weit links. Let us in, Grinder! We're only gonna kill everyone! Let's go! Ooooooooh Der Kelp immer noch Da steckt ne Axt drin Wie kommt die dahin? Keine Ahnung wie der dahin kommt Der Kelp nicht in Sanctuary, ihr bloodshot Skaglics Hold up! Du bist ein Vault Hunter! Just eine Minute! Ich wollte dich sprechen Lass mich den Echow 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 Schön 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 Du bist Ja Ich weiß Und du hast dein Platz in den Raiders Echow Roland hat dich kontaktiert? Gut Hört auf was er sagt Er kann uns helfen, zu vermeiden Jack Ui Wir waren hier Boost Auf F? Auf F Ja Fähigkeit benutzen Bin ich überhaupt richtig hier? Ich glaube schon Neh, wie die Hitsch Und mit jedem Traver Meine Drahmung ist näher zu den Bauben Und wir haben Bewerber und in der Diningrad Wir haben Sicherheit in den Schmack Und Sicherheit für uns alles Echow Einmal für die Schmack Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Da ist der know, der Post Oh ja! Echow Oh, ich weiß nicht, dass ich da bin, ich weiß nicht, dass ich da bin. Wee, 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 find a soldier! Cool, cool! Wee! Boah! Habe ich gerade die Rakete abgefangen? Du hast gerade die Rakete im Gesicht abgefangen, ja. Yeah! Badass! Flup! Dann sammeln, so. Hopp! 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 Oh, komm mehr! Oh, Granate gebrochen. Ich meine, Turrets stellen, wie blöd man. Ich will ja keine Granate werden. Naja, die Tassen sind ja recht nah beieinander. Uh, wir haben ein... Fähigkeitspünkelchen. Er ist schon gelevelt. Hm... ... 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 Soll ich jetzt, irgendwo da suchen, wo die Systembone sind. Irgendwo da so in den Dreh. Manchmal ist ja Borderlands auch so eine Art Shoot and Slay oder so. Wie ich. Das ist eine merkwürdige Verbindung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist Machts Laune. So, hast du deinen Punkt gefunden? Was hab ich gefunden? Mit dem Snipern. Wunderpunkt. Punkt gefunden. No, 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 no. Wee, deploying Turret. Wee, deploying Turret. Hopp, 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 hopp. Tate weh. Tate weh? Tate weh. Wee, deploying Turret. Wee, deploying Turret. Wee, deploying Turret. Das ist genau das. Da müssen noch 3 Tüten! Guck mal, hier wird dann gebraten! Lecker! Aber der sieht noch nicht sehr durch aus! Soll ich den Finger bauen lassen! Was für ein Toast verstanden? Wer macht Toast? Was? Dann ist wieder einer von den Omas von Toast... Oh, Streeden! Ich bin der wahre Psycho hier! Oh, Iridium! Oh! Das ist auch was, nice! Aua! Aua! Da war einer hinter mir! Da ist wieder zu viele! Hier irgendwo noch ein... Ähm... Nest? Nee! Kofferraum! 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 Der letzte! Kofferraum! 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 Oh, was sind wir denn hier? Feuerstoß Zwei Oh, ein Rocketeer Rocketeer? Ein Rocketeer So, wie war das hier? Das fetzt Das fetzt Voll fetzig, Mann Noch mal hier Video Das schmeckt mir irgendwie mit den Video-Fingern heute, oder? Ich hab heute den lila Daumen Wie zum Arzt, ey? So, dann kommen wir nach Sanktuari Die schöne Stadt Absolut geiler am Borderlands Kein Fallschaden Naja, das macht schon, aber Man gewöhnt sich so schnell an, dass man dann in anderen Spielen einfach rumspringt und dann Dort Skyrim? Zum Beispiel, ja Da kommt mir aktuell durcheinander, weil wir gilt, wo aus standardmäßig F die Benutzten-Taste ist Ja, das ist schon Und ich dauernd F drücke und dann meine Fähigkeit aktiv Wo die Fähigkeiten alle auf den Zahlen-Tasten liegen Ja Das ist wahr Ja Was cool an dem Raketenwerfer ist, sind seine Ziel visitorsuchende Raketen Ääh Ach so, ja, wenn du Rechtsklick Die geht aber auch nur, wenn du oben drinnen sitzt Genau, und halt, dann musst du ja auch eine Weile gedrückt halten und das Ziel anisieren So Ladebalken Jo Cooler Jump Ich steig mal aus. Ich steig mal an. Du kannst nicht hier sein. Sanctuary! Oh ja, das Diddlejack. Ja, das war jetzt so schön. Ach, das war jetzt so schön. Was? Pack ihn raus! Pack ihn rein! Sehr gut. Cool, ne? Achso. Stop. Abschluss. Ja. Das ist auch ein gutes Wort, um den Abschluss zu finden. So. Möchtest du einen... ... oder einen Schock haben? Achso. Das kann ich mir ja selber aussuchen. Statt, das kannst du dich selber aussuchen. Plus 50% Nachkurschaden, da ist... ...eindeutig und explosiv eine Güte. Alles, was ich will. Das ist aber... ...ultimative Schrotflitte. Jo. Habt aber nur zwei Schuss. Jessup! Ja. Wir haben einen Stoßpunkt. Wir haben einen Stoßpunkt. Wir haben einen Stoßpunkt. Genau. Ja. Dementsprechend sehen wir euch dann in der nächsten Folge. Bis dann. Alles Gute. Ja. Bis zum nächsten Mal. resge ventaglio. Bye. Vielen Dank.